Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Im ältesten Rat konnten sich die Fraktionen nicht über die Debattenzeit einigen, zum ersten Mal seit 70 Jahren. Woran liegt das? Als die AfD in den Bundestag kam, stieg das Interesse an den Parlamentsreden auf einmal drastisch. Die oft als langweilig empfundenen linksgrünen Einheitsbreireden der Altpartei wurden aufgemischt von einer echten Opposition, deren Reden die Bürger wieder hören wollten. Meine Damen und Herren, das ist eine Belebung des Parlaments, eine Belebung der Demokratie. Die Leute interessieren sich wieder für Politik. Die gucken sich jetzt wieder die Reden an. Sie gehen wieder zur Wahl. Das ist unsere Leistung. Aber jetzt plötzlich wollen sich alle Fraktionen außer der AfD, die Debattenzeit im Bundestag verkürzen, in denen die Regierung in offener Redeschlacht kritisiert werden kann und Alternativen aufgezeigt werden können. Meine Damen und Herren, diese Kürzung lassen wir uns nicht gefallen. Sie ist gegen unseren Willen und gegen das Interesse einer jeden echten Opposition. Warum machen Sie das? Warum machen Sie das? Ein erster Hinweis ergibt sich, wenn man mal schaut, wie unterschiedlich sich die Bürger und Wähler für die Reden der einzelnen Fraktionen interessieren. Fast 90 Prozent der Bevölkerung ist ja heute im Internet. Auf der Hauptplattform für Parlamentsreden auf YouTube zeigt sich, im letzten Monat hatten CDU, CSU und SPD, alle Regierungsfraktionen zusammen gerade mal 35.000 Videoaufrufe. Die AfD-Fraktion kam ganz allein auf 1,9 Millionen. Unsere Fraktion ist 50-mal interessanter als die gesamte GroKo zusammen, 50-mal. Kein Wunder, dass CDU, CSU und SPD das Hauptdebattenformat jetzt kürzen wollen. Wir wollen das nicht und viele Wähler draußen auch nicht, meine Damen und Herren. Aber warum machen eigentlich FDP, Grüne und Linke dabei mit? Die müssen doch ihre Oppositionsrechte und Rederechte verteidigen. Wo machen Sie das nicht? Auch da hilft ein Blick in die Zahlen. Die AfD-Fraktion alleine hat viermal so viele Zuschauer draußen wie alle alten Oppositionsfraktionen zusammen. Sie sehen hier die Regierung, ist kaum darstellbar, hier die Opposition, das ist die AfD. So sieht das Interesse in der Republik aus, meine Damen und Herren. Das ist der Hintergrund der heutigen Debatte. Den einen nutzt die Redezeit, den anderen nutzt sie nicht. Die Zahlen zeigen es. Ihre Reden will kaum einer mehr hören. Das ist Ihr Problem. Der ganze Vorgang zeigt aber auch, wie zahnlos, wie angepasst die alte Opposition ist. Im Altparteienzirkus sind Sie die Hündchen der Regierung. Da war bei dem Ausgangspunkt der heutigen Diskussion eigentlich rational, da war vernünftig. Donnerstags in den Sitzungswochen dauerten die Debatten bis spät in die Nacht. Auch für die Angestellten des Bundestages bedeutete das eine hohe Belastung. Mein Vorschlag war, ein paar Debatten vom Donnerstag Nacht auf den Mittwochnachmittag und Abend zu verlegen. Am Mittwoch haben Sie noch die Fragestunde gekürzt. Das, Frau Hasselmann, hätte dicke gereicht. Sie wollen aber jetzt die Gelegenheit nutzen, für alle Tage die Debattenzeit zu verstümmeln. Das ist das Problem. An allen Tagen. Selbst wichtige Gesetzesvorlage werden in Zukunft nicht mehr 38 Minuten, sondern nur 30 Minuten debattiert werden können. Eine kurze Kürzung um 20 Prozent. Warum? Weil Sie wissen, Parlamentszeit ist AfD-Zeit, meine Damen und Herren. Da gewinnen wir, wie alle Statistiken zeigen, nicht Sie. Liebe Kollegen, die Welt draußen ist aus den Fugen. Wir müssen länger und intensiver debattieren, um Lösungen ringen. Stellen Sie sich nur mal vor, Polizisten und Lehrer würden sagen, die Probleme wachsen uns über den Kopf. Wir verkürzen mal kurz unsere Arbeitszeit. Das ist doch absurd. 80 Millionen Bürger erwarten, dass sie hier ihre Pflicht tun. Und das tun sie nicht.